So, komm, nur noch das. So, ich könnte jetzt die Mega-Wahnsinn springen. Oh nein, Mario. Leute, wie gesagt, könnt ihr selbst setzen auf das Switch, hätte ich schon längst getan. So, der Abschnitt ist nicht schwer, Mario. Du zackst einfach nur dermaßen. Nee, komm, die Mützen werde ich mir nicht holen. Auch wenn ich jetzt gerade eine Menge verloren habe und hier noch gleich Rage bitten werde. Leute, das ist nur das Wüstenland, ne? Ich hatte schon... Beim Privatspielen hatte ich größere Probleme. Und dieser Mario, der wird gleich so was von große Probleme bekommen. Die Stelle ist nicht schwer, Mario. Please. Please. Du Mario, du dummer Mario, ey. Wenn man es das Vetter gibt, den Mario, dummer Mario. Ich bin jetzt nicht ernsthaft an dem Stern vorbeigesprungen. Leute, der Mund tut mir nicht, der Mund. Ich bin jetzt nicht ernsthaft an dem Scheißmund vorbeigesprungen. Alter, Epic Fail, ne? So, war das so schwer, Mario. Ich bitte dich. War das so schwer. War das so schwer. War das so schwer. Ja. Sollte. Hallo Mau, Miauxi. Ich meine, du schattest der Miauxi-Ruin. Ach nee, vielleicht kommt irgendwas mit Miauxi. Nee, Mensch. Leute, ich will zacken. Ich will sowas von zacken, ne? Ich will nicht Miauxi. Ja, weißt du was, ich mach dich auch nicht. Ich hab jetzt grad keinen Bock da auf Miauxi. Weil die Sterne mit ihm ist so scheiße. Nee, guck, mach mal die Hauptmission. Hier gibt's ein paar Sterne. Monde, meine ich, Monde. Ja, die haben schöne. Entweder auf die Games kommt hier nur oder privat geholt. Oder beides sogar. Ja, jetzt würde Kai natürlich das Gima. Ich bin kurz von Ragefit, ne? Weil ich zu dumm bin. Weil Mario zu dumm ist, um den Scheiß Kugelwiesenkappen zu machen. So, war das so schwer. Och, nee, euer Schroff. So, komm, immer den nächsten Mond. Ich muss mich gerade abführen, ne. So schwäschig wird sich hier wirklich. Noch. Ja, dann. Das war die Sechschuhe nach ein paar Pazit. In dem Wüstenland zu Ende. Auf der schiefen Säule, jo. Du siehst ja schon, ich muss die Hauptmission machen. Und ich könnte schon das nächste Land. Aber die Sechschuhe nicht nur so interessiert. Ich kann dir alles zeigen, ja. Mensch. Mensch, so schwer ist das aber nicht. Mensch, war das so schwer, Mario? Nein, weiß nicht. Aber ich wollte dich gerade ein bisschen drohen. Mann. Wurde sie sind so interessiert. Ja, die sind so interessant. Dummer, fetter, hessischer Art, italiener. Ich hätte gerade fast klemmt nachgesagt, aber klemmt leider ja nicht minder. Na, das Stück darf man noch ein paar Minuten vergessen. Hallo, Gumbis, Gumba-Azis. Hallo. Fick dich, Gumba. In gelb, warum bist du gelb? Ach, wenigstens ist die Musik ja schön. Andererseits, das hier ist nicht die schlimmste Welt. Es geht schlimmer, ich sag nur, Forstland. Ja, selbst auf den Discord nennt man mich jetzt Rage Master. Das kann man. Ja, selbst auf den Discord. So, nicht nur ZLs wird drücken da, Leute, sondern auch hier steuert. Ja, schiebt mit nach unten. Komm, ich muss hier die Kohle wieder reinlegen, die ich jetzt gempert habe. Boah, Alter, das ist ein Herz. Alter, ich brauche es sogar. Ich wusste noch nicht, weil das deins ist, ne? Also man findet, man erkundet immer mehr in dem Spiel. Ja, den Mond mag ich nicht. Okay, doch, der ist easy. So, ja, aus einheitlich gesehen, den Ruin. So, warte. So, so. Ja, ich bin auf dem Steinbogen. Alter, was mache ich denn da? Okay, danke. Okay, danke. Danke. So, das war. Musik 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 Ja, das ist gut. Soll ich. Okay, das ist gut. So Fischhatsos, vielen Dank Man hat den Sprung gemacht und er hat den geilen Kugelbüder aus dem üblichen G-In den Zwei Manus, ich merke geradeaus fliegen und hier nicht Oh mein Gott, bin ich dumm, ich bin so schlecht, ich bin so ein dummer Kacken Oh Alter So борst du Geld Ich lebe auf, ich lebe gefährlich Ja komm, was willst du von mir, wenn es drauf ankommt, kann ich skillig sein, ne? Auch nur wenn es drauf ankommt, ansonsten du verstehst du die Kacken voller Zeiten noch. Ja komm, heute überlege ich, schau dir.